Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, schön, dass ihr da seid. Ich wünsche euch auf diesem Weg noch ein gesundes neues Jahr. Ich bin in Berlin die nächsten Tage und wir werden uns mit der BTK zusammensetzen. Und da gehen wir jetzt hin. Bevor ich es vergesse, das Jahr beginnt mit super Neuigkeiten. Wir haben zum 1. Januar den nächsten Erhöhungsschritt im Bereich der Länder mit mindestens 90 Euro mehr für jeden. Zum 1. Januar haben wir den nächsten Erhöhungsschritt im Bereich der Hessen mit mindestens 100 Euro für jeden mehr. Und im Bereich des Bundes kommt zum 1. Januar der letzte Erhöhungsschritt mit einem Gesamtvolumen für den ganzen Abschluss von 7,5 Prozent. Das bedeutet für uns im Tarifbereich Zeit für Konfetti. Aber wir ruhen uns auf unseren Erfolgen nicht aus. Denn der frühe Vogel fängt den Wurm und deshalb hängen wir uns jetzt schon für euch ins Zeug, setzen uns zusammen. Denn der Herbst wird heiß.